Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Nachdem ich euch ausführlich über Patch 1.9 informiert habe und die Neuerungen, die damit kommen, soll es nun ans Eingemachte gehen, nämlich um das DLC La Résistance, das morgen am 25. Februar gemeinsam mit dem Patch erscheinen wird. Das Ganze wird bei Steam knapp 20 Euro kosten. Wie gewohnt könnt ihr es vergünstigt bei meinem Keyshop-Partner Gamesplanet für regulär, glaube ich, 10% Rabatt kaufen. Ihr erhaltet dort dann einen Steam-Key, den ihr aktivieren könnt bei Steam und wenn ihr den Link dazu nutzt in der Videobeschreibung, dann unterstützt ihr diesen Kanal und unter anderem auch diese Art Videos. Und bis zum 1.3. gibt es noch eine Sondermöglichkeit zu sparen, nämlich es gibt ein Community-Code bei Gamesplanet. Wenn ihr dort Widerstein eingebt als Rabattcode, dann gibt es nochmal knapp 5% oben drauf, sodass das Ganze etwas mehr als 17 Euro kostet. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung, falls ihr den Link nutzt für euren Einkauf. So, nun aber los. Ich will am Anfang einen kleinen Überblick geben für diejenigen, die es eilig haben und die nicht in die Tiefen, in die Details einsteigen wollen. Also, was macht der DLC? Mit dem DLC können wir einen Nachrichtendienst gründen. Es gibt hier einen ganz neuen Reiter, wo das erledigt wird. Wir können diesen Nachrichtendienst upgraden, verbessern. Wir können Operationen durchführen, Missionen mit einzelnen Agenten, die wir im Laufe der Zeit rekrutieren. Wir können, das passiert auch hier, wir können Kryptologie betreiben. Das ist eine Spielmechanik, die dann dazu kommt, die ich auch noch im Rahmen des Videos erkläre. Das heißt, wir können Codes des Gegners entschlüsseln und dadurch Vorteile erhalten. Wir erhalten neue Möglichkeiten für Spionage, wenn wir Diplomatie betreiben. Dann gibt es hier eine neue Spionage-Mappe, die weitaus ausführlicher ist und neue interessante Möglichkeiten enthält. Wir haben die Möglichkeit der Luftaufklärung. Es gibt neu eine Einheit, die Panzerwagen. Außerdem neue Staaten, die entlassbar sind und neue formbare Staaten. Ja, und nebenbei dann ein bisschen neue Musik, neue Porträts. Und vor allem drei Länder, die dann im Fokus stehen, Frankreich, Spanien, Portugal. Für diese gibt es ausführliche neue Fokusbäume mit neuen Möglichkeiten. Und vor allem Spanien steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, was den Bürgerkrieg betrifft, den Spanischen Bürgerkrieg. Das ist sozusagen der ganz knappe Überblick. Ab jetzt steige ich ganz tief ein und ab jetzt, ja, das richtet sich vor allem an die Leute, die genau wissen wollen, wie das jetzt im Einzelnen funktioniert, um entscheiden zu können, ist das was für sie, das DLC oder nicht. Ich werde das Ganze in zwei Videos teilen. Im ersten Video werde ich gewissermaßen alle Spielmechaniken erklären. Und im zweiten Video geht es ausschließlich um die Fokusbäume von Frankreich, Spanien und Portugal. Okay, steigen wir ein mit dem großen Thema Nachrichtendienst, Spionageagenten und, und, und. Also als erstes, und das kann man mit jedem Land im Prinzip machen, müssen wir einen Nachrichtendienst gründen. Und dafür benötigen wir fünf Zivilfabriken. Das ist im Allgemeinen so die Währung für alle möglichen Dinge, die ansonsten in anderen Spielen Geld kosten. Dann ist hier Zivilfabriken. Ja, und das kann man starten. Dann kann man das selber benennen. Ich glaube, die erste Auswahl ist eine historische, auch mit dem entsprechenden Wappen. Man kann sich aber aus anderen Wappen selber was auswählen oder das Ganze eben selbst bezeichnen. Wir lassen das mal so gründen, das Ganze, und müssen jetzt 30 Tage warten, bis das erfolgt. So, und damit ist der Nachrichtendienst gegründet und wir können jetzt verschiedene Dinge tun. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also grundsätzlich kann man den Nachrichtendienst verbessern, den man hat. Wir können Operationen erledigen und wir können Kryptologie erledigen. Und wir können Agenten, die wir bekommen, einsetzen für Missionen. Gehen wir das mal nach und nach durch. Vielleicht schauen wir uns erst mal die möglichen Spezialisierungen an, die es gibt. Man sieht hier sehr schön einen Überblick über die verschiedenen Bereiche oder man klickt auf eines und da behält man nochmal einen genauen Überblick. Das sind gewissermaßen Upgrades, die man seinem Nachrichtendienst verpassen kann. In fünf Bereichen, Spionage, Verteidigung, Operationen, Agentenausbildung und kryptologische Abteilung. Jedes Upgrade kostet eine gewisse Zahl, wie auch bei der Einrichtung Zivilfabriken. Und es dauert immer 30 Tage, ehe eins abgesetzt wird. Es gibt Upgrades, die haben mehrere Stufen. Ihr seht es hier, vier Stufen oder hier zwei Stufen. Viele andere sind gewissermaßen nur einmalig. Wir gehen mal diese fünf Kategorien ein bisschen durch. Bei der Spionage geht es im Prinzip um verschiedene Formen von Aufklärung. Das Konzept der Aufklärung, das erkläre ich nochmal in diesem Video. Hier einfach nochmal gezeigt. Wirtschaft, Zivil, Militär, Marine und Luftfahrt. Dann ist das hier ein Bereich, der sich um die Defensive, um die Gegenspionage gewissermaßen kümmert. Also einmal wirklich Gegenspionage, also die Verteidigung gegen andere Agenten. Und hier geht es um Partisanenabwehr. Hier geht es darum, gegen Widerstand vorzugehen. Widerstand haben wir in dem Patch-Video kennengelernt. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir dagegen angehen. Da gibt es nämlich Missionen für Agenten, Widerstand ausmerzen. Und die wird hier effektiver. Hier dreht es sich um verschiedene Operationen, die wir später mit den Agenten durchführen können. Und die machen die Operationen effektiver. Baupläne stehen, gibt es hier koordinierte Angriff. Allgemeine Infiltration oder das Risiko erwischt zu werden bei bestimmten Sachen. Auch hier Widerstand stärken Operationen oder Sabotageeffizienz durch Sprengstoff. Und Selbstmordpillen führt dazu, dass zwar die Todesschance steigt bei Gefangenennahme, aber die Chance auf Entdeckung sinkt von Informationen und eigenen Agenten. Hier geht es um die Agentenausbildung. Wie gut sind die Agenten? Was haben sie für Eigenschaften? Bei lokalisierten Ausbildungszentren steigt die Chance, dass wir Agenten von feindlicher Nationalität bekommen. Was deren Effektivität in diesen Ländern verbessert, deutlich. Hier gibt es die Möglichkeit, dass wir Agenten mit dem Trade, mit der Eigenschaft Kommando bekommen, die für bestimmte Aktionen gut sind. Verhörtechniken heißt, dass wir die erhöhte Chancen haben, feindliche Agenten fangt zu nehmen und von denen auch Informationen erhalten. Und hier bestimmte Missionen sind erfolgreicher. Ihr seht es, Propagandamission, Ideologie stärken, Handel. Dazu kommen wir später. Und hier geht es allein um die kryptologische Abteilung, Um die überhaupt zu gründen, müssen wir diese Abteilung bilden. Und dann diese ersten beiden Sachen. Da geht es darum, dass wir im Entschlüsseln gut sind. Und hier geht es darum, dass wir gewissermaßen im Verschlüsseln gut sind. Das ist das, was wir upgraden können bei unserem Nachrichtendienst. Dann gibt es hier so eine spezielle Option, die ist relativ doof übersetzt. Hier heißt es im Deutschen, dass wir Nachrichtenoffizier werden können. Im Englischen heißt es Spymaster. Das meint auch was anderes als Nachrichtenoffizier. Es geht darum, dass jedes Bündnis, jede Allianz gewissermaßen, in der kann es einen Spymaster geben. Also ein Land, das sich vor allem mit dem Thema Spionage beschäftigt. Da brauchen wir politischen Einfluss, politische Macht. Und wir müssen drei, also Upgrades in drei unterschiedlichen Pfaden besitzen, damit wir das werden. Ja, und wie gesagt, wir müssen in einem Bündnis sein. Ist Frankreich, das ist jetzt hier mein Beispielland, ist im Moment nicht, deswegen geht das nicht. Wenn man das ist, und das sollte man machen, wenn man quasi ein Single-Player-Spiel macht und Spaß hat mit diesem ganzen Spionage-Option, dann sollte man das machen, weil man dadurch vor allem mehr Agenten bekommt und komplexere Operationen man durchführen kann. Wenn man sich gar nicht für dieses ganze Thema interessiert, Spionage, und trotzdem das DLC hat, aus vielleicht anderen Gründen, dann kann man sich zum Beispiel auf diese Sache mit der Verteidigung hier konzentrieren. Das genügt gegen Spionage und ansonsten ein KI-Verbündeten zum Spymaster werden lassen und dann macht er diese Geschichten. Das wäre der Weg. So, der erste Schritt, um überhaupt jetzt ansonsten aktiv was zu tun, ist es, Agenten, einen Agenten zu bekommen. Und ja, hier gibt es ein Agenten-Limit. Ihr seht es. Am Anfang, wenn man das erstmal gegründet hat, den Nachrichtendienst, dann kann man einen Agenten besitzen und der wird jetzt automatisch in 29 Tagen rekrutierbar werden. Man bekommt einen zweiten Agenten hinzu, wenn man fünf Upgrades gemacht hat, seines Nachrichtendienstes. Und dann ist man auch erstmal am Ende der Fahnenstange angelangt. Es gibt noch, glaube ich, die Möglichkeit, über einen Ministerposten, über einen speziellen Minister, noch einen Agenten zusätzlich zu bekommen. Aber wenn man dann mehr Agenten haben will und wie gesagt, für komplexe Operationen ist das nötig, dann muss man schon hier Spymaster werden. Dann geht das Ganze weiter. Ja, genau. Weitere Plätze können Sie als Nachrichtenoffizier als Spymaster halten und zwar für jedes zweite Land, das Ihrem Bündnis beitritt. Das ist das entscheidende Kriterium dann. Okay, also 29 Tagen können wir rekrutieren und auch hier warte ich einmal ab, auch hier warte ich einmal ab, bis diese Zeit gekommen ist. So, und das ist jetzt soweit. Wir können jetzt Agenten rekrutieren. Und das ist die Auswahl der Agenten, die uns jetzt zur Verfügung steht. Immer wenn ein neuer rekrutierbar ist, bekommen wir so eine Auswahl. Und ihr seht es, sehr schöne Porträts. Alle Agenten haben am Anfang die Fähigkeit 1. Sie werden besser, werden stärker, werden damit erfolgreicher, die ihre Erfolgschancen steigen. Ansonsten kennzeichnet sich ein Agent durch seine Nationalität. Am Anfang werden uns nur Franzosen angebietet, also aus unserem Heimatland. Das kann durch bestimmte Geschichten sich auch verändern. Und wichtig ist, Agenten haben einen Bonus, und der ist auch gar nicht so klein, wenn sie in ihrem Heimatland agieren. Das heißt, wenn wir jetzt als Frankreich zum Beispiel im Deutschen Reich agieren wollen, wäre es natürlich praktisch, wenn wir einen Agenten haben, der aus dem Deutschen Reich stammt, dann ist der effektiver. Und ganz wichtig, Agenten haben bestimmte Eigenschaften, die sie noch besser machen in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel, das ist ein Verführer hier, Georges Murat. Das heißt, seine Chance, dass er entdeckt wird, die sinkt, beziehungsweise es betrifft wohl alle Agenten, wenn ich das richtig sehe. Er kann besser infiltrieren, und das Risiko ist auch reduziert bei Infiltrationen. Außerdem ist er noch gepflegt, das heißt, besonders die Mission Handel kontrollieren und diplomatischer Druck, da ist er erfolgreich. Wir haben hier Jean-Li Rousseau. Das ist übrigens eine historische Agentin, und das ist tatsächlich drin im Spiel. Es gibt historische Agenten, die es also wirklich gegeben hat. Und ich glaube, zum Beispiel Josephine Baker ist auch mit dabei. Die sind dann auch mit Porträts korrekt dabei. Es gibt auch einige Agenten, die es gegeben hat, wo die nur die Namen stimmen, aber nicht die Porträts. Auf jeden Fall ganz interessant. Sie ist Linguistin, erhöht die Chance, bei Abschluss einer Operation die Zielnationalität zu erhalten. Das heißt, da kann man dann mehrere Nationalität haben, mehrere Pässe gewissermaßen. Wir haben hier zum Beispiel jemanden, der ist C. Das heißt, hier ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand, wenn er gefangen wird, dass er Informationen ausplaudert. Und hier haben wir jemanden, einen Infiltrator, der ist sehr gut im Infiltrieren und so weiter. Also diese Traits sind ziemlich wichtig. So, ja, und dann wählt man sich jetzt einen aus, den man mag für die entsprechenden Aufgaben. Wichtig ist noch, sie haben hier ein schönes, ja, 2D-Charakter-Modellsystem entwickelt, wo die so Assets haben. Das heißt, sie haben so Brillen, Hüte, verschiedene Formen von Brillen, manchmal auch Pfeifen, Monokel und so weiter. Und das wird dann kombiniert mit bestimmten Porträts, so dass es immer sehr viele verschiedene Varianten gibt, was ich für eine ganz hübsche Idee halte. Okay, dann gucken wir uns mal das Erste an, was wir mit Agenten machen können. Wir haben jetzt hier den und der ist standardmäßig erst mal im eigenen Land stationiert. Ihr seht auch, es gibt einen neuen Karten-Modus, den Agenten-Karten-Modus. So, und wenn wir hier auf den Agenten klicken, dann sehen wir hier die Missionen, die er ausführen kann. Und das ist gewissermaßen so die Basisaktion, die man mit Agenten macht. Die kosten erst mal nichts, diese Aktionen, außer Zeit. Spätere Operationen, die sind dann auch noch mit Ressourcen verbunden. Die Stärke, also die Erfolgsstärke, wie gut sie die einzelnen Missionen ausfüllen, die hängt ab von der Qualität, Qualität, von ihrer Qualität, aber auch von der Qualität des Spionagenetzwerkes. Denn das ist eine Sache, die man in der Regel als erstes macht, wenn man Spionen nicht in die Gegenspionage schickt. Das ist nämlich möglich, standardmäßig hier, Gegenspionage, und dann verbessert sich entsprechend der Wert, ich glaube, entsprechend des Levels des Agenten. Aber üblicherweise setzt man sie dann natürlich für die Auslandsspionage ein und das macht man, indem man ein Spionagenetzwerk aufbaut, als ersten Schritt. Und hier wird einem angezeigt, wo das möglich ist und wir schicken unseren Mann jetzt mal hier nach Berlin. Lass mal ein bisschen die Zeit laufen und wir sehen, er beginnt jetzt hier ein Netzwerk zu entwickeln. Das beginnt bei 0% und steigt dann mit der Zeit an. Okay. So, was gibt es jetzt für weitere Aktionen? Also Netzwerk aufbauen, das habe ich erklärt. Wenn man jetzt am Ende, wenn man jetzt so nach vielleicht einem Jahr oder so oder ein, zwei Jahren hier auf 100% gekommen sein sollte, kann natürlich auch vorher entdeckt werden oder so. Ah, hier sehen wir das. 249 Tagebraucher, um das auf 100% zu bringen, wenn alles so bleibt. Dann ist das Netzwerk selbst, hat auch schon Effekte. Und ihr seht es hier. Effekte für Frankreich, Effekte für das Deutsche Reich. Nämlich die Planungsgeschwindigkeit steigt für uns. Die Planungsgeschwindigkeit oder die maximale Planungsmöglichkeit des Deutschen Reiches sinkt. Die maximale Verschanzung sinkt. Und es ist einfacher für uns, Invasionen durchzuführen. Meines Erachtens. Wobei hier Verteidigung, Invasionen plus 0% steht, bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist oder ob ich das falsch verstanden habe. Aber meines Wissens ist eine Invasion leichter, wenn dort ein Agent ist, im Zielgebiet gewissermaßen und das Ganze vorbereitet. Man hat weniger Mali bei den Kämpfen während einer Seeinvasion. Ja, also das sind so die Effekte überhaupt erstmal basismäßig, was das Netzwerk betrifft. Außerdem spioniert man auch noch, dazu kommen wir später, spioniert man auch noch das Land aus. Man erhält Informationen. Das ist noch so ein extra Aspekt. Dann kann man jetzt das Spionagenetzwerk stumm schalten. Das hat den Effekt, dass erstmal diese Boni wegfallen. Also man profitiert jetzt nicht mehr von dem Netzwerk erst einmal. Aber die eigenen Agenten können auch nicht entdeckt werden. Also das Risiko, dass sie entdeckt werden, sinkt. Das ist sinnvoll, wenn man ein hohes Netzwerk hat und vielleicht erst in einem Jahr zum Beispiel eine Invasion macht und das auf keinen Fall riskieren will, dass die Agenten auffliegen. Dann schaltet man sie stumm und schaltet sie kurz vor der Invasion wieder scharf in gewisser Weise und dann kann es losgehen. So, dann haben wir hier eine Möglichkeit, Ideologie zu stärken als Mission. Das ersetzt die bisherige diplomatische Aktion, Ideologie stärken. Ja, das ist relativ banal. Macht also jetzt der Spion und das ist keine diplomatische Sache mehr. Dann können wir Propaganda betreiben. Das reduziert die Stabilität und die Kriegsunterstützung in dem jeweiligen Land. Dann haben wir die Möglichkeit, Widerstand auszumerzen. Das ist beim Gegner relativ sinnlos. Das ist eine Sache, die man dann eher in besetzten Gebieten macht oder im Notfall im eigenen Land, wenn da bestimmte Situationen auftreten. Also auch das kann über Spion unterstützt werden als Mission. Dann gibt es die Möglichkeit, den Handel in einem Land zu kontrollieren. Auch das betrifft in der Regel nicht feindliche Länder, sondern Drittländer, neutrale Länder. Da erhöht man die Handelsmeinung des Landes gegenüber dem eigenen Land und reduziert die Handelsmeinung des Landes gegenüber allen feindlichen Ländern, sodass das Land mehr der Ressourcen mit einem selbst handelt. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, diplomatischen Druck auszuüben. Das erhöht die Akzeptanz einer KI-Nation. In diesem Fall wäre das natürlich auf Deutschland auch Schwachsinn. Da geht es auch um neutrale Länder, die noch kein Bündnis haben. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Landes, dass sie Teil der eigenen Fraktion werden. Das kann man auch gegen im Multiplayer, glaube ich, gegen Spielernation einsetzen. Das führt bei denen dann zu Problemen, was sozusagen Bündnisaktionen trifft. Da geht es dann um die Weltspannung, die nötig ist zur Einladung und so weiter. Okay, das sind gewissermaßen die Missionen, die man durchführen kann. Was passiert? Ich erwähnte es, dass man entdeckt werden kann. Was passiert bei Entdeckung? Da gibt es drei Möglichkeiten. Einmal müssen die Agenten abtauchen. Kann auch sein, dass sie dabei verletzt werden. Dann brechen sie alle Missionen ab, bei denen sie gerade aktiv sind. Und falls sie, das werden sie dann, falls sie an einem Netzwerk gearbeitet haben, sinkt mit der Zeit die Netzwerkstärke wieder ab. Also es ist nicht so, dass man hier 100 Prozent erreicht hat und die dann untertauchen, sofort alles weg ist. Das geht mit der Zeit dann erst runter. Spione können gefangen genommen werden und das ist insofern sehr ärgerlich, weil in dem Moment geraten auch Informationen über das eigene Land an den Feind. Also es folgt sozusagen eine Teilaufklärung. Insofern ist das bitter und gegebenenfalls kann dabei dann auch der Spion sterben. Es gibt tatsächlich dann sogar Operationen, die man durchführen kann, um die eigenen Spione wieder zurückzuholen, weil die natürlich wertvoll sind, wenn sie Erfahrung haben. Da gibt es dann entsprechend wiederum auch die Suizidpillen, das habe ich euch gezeigt, die helfen in diesen Situationen, was die Geheimhaltung der eigenen Informationen betrifft. Ja, wenn ein Spion gefangen genommen wird, reduziert sich natürlich auch sein Netzwerk, weil damit dann auch Informanten betroffen sind. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Spione tatsächlich während einer Aktion getötet werden. Und da kann man sie dann auch nicht mehr vorbeschützen. So, ich habe jetzt mal einen späteren Spielstand geladen, wo wir ein bisschen weiter schon sind mit unserer Nachrichtendienstagentur und wo wir auch schon zwei Spione haben, zwei Agenten und auch das Spionagenetzwerk deutlich höher ist. Ja, und wir sehen, dass jetzt hier Operationen möglich sind. Und das ist so ein Kernaspekt dieser nachrichtendienstlichen Aktivitäten. Operationen sind komplexere Geschichten. Für diese braucht man immer Agenten. In der Regel zwei, ihr seht das hier vorne. Bei komplexeren Aktionen oder Operationen braucht man auch drei. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo man hier Spymaster sein sollte. Denn nur dann hat man in der Regel mehr als zwei Agenten. Wie gesagt, es gibt auch noch einen Minister, der einem noch einen Agenten mehr bringt. Aber wenn man sozusagen nicht Spymaster ist und nicht so einen Minister hat, dann ist man beschränkt bei der Auswahl der Operationen. Außerdem braucht man eine bestimmte, ja, eine bestimmte Netzwerkgröße, um Dinge dann erst zu starten. Und es braucht eine gewisse Zeit zur Vorbereitung, um die Sache umzusetzen. Beziehungsweise, das ist die Dauer dieser Operation. Die Dinge gehen also nicht sofort. In der Regel hat eine Operation drei Phasen und wir können das mal hier am Beispiel Armeeinfiltrieren uns angucken. Also drei Phasen, das ist gewissermaßen die Infiltrationsphase, die Ausführungsphase und die Exfiltration oder die Untertauchphase. Und das wird dann immer sehr schön je nach Operation auch beschrieben, was dort jetzt eigentlich passiert. Also in diesem Falle werden die Agenten mit U-Booten abgesetzt und so weiter. Dann werden Bestechungsgelder genutzt und hier wird dann auch beschrieben, wie untergetaucht wird. Wir müssen dann unsere Agenten auswählen, die wir jetzt hier zum Einsatz bringen. Das sind dann, wir haben nur zwei, deswegen sind das die beiden und wir sehen die Aussicht dieser Sache und hier ist das hervorragend. Das hat bestimmte Gründe, die so in den Eigenschaften der Agenten liegen. Also da ist das Risiko sehr, sehr gering, dass da irgendwas schief geht. Wir sehen, dass das Ganze 90 Tage dauert und wir drei Einheiten Zivilfabriken allerdings 30 Tage lang sammeln müssen als Finanzierung dieser Aktion und dann können wir so bald wie möglich beginnen, wenn wir das denn wollen. Also so läuft im Prinzip immer eine Operation ab. Wenn man mehr Operationen gegen ein und dasselbe Ziel macht, dann wird es mit jeder Operation schwieriger, weil der Gegner so langsam merkt, da passiert irgendwas und dann seine Gegenspionage vermutlich besser wird. Es gibt Operationen, die sind sogenannte Gatekeeper, die ermöglichen später mächtige Operationen und das ist zum Beispiel so, das sieht man auch, wenn man hier rüberfährt, dann sehen wir, dass wenn man das gemacht hat, Armee infiltrieren, dann kann man als nächstes sehen wir im Tooltip Militärbaupläne stehlen oder wenn wir Marine infiltrieren, können wir Marinebaupläne stehlen. Wenn wir Luftwaffe infiltrieren, können wir Flugzeugbaupläne stehlen und so weiter und so fort. Die Möglichkeit, Industriebaupläne zu stehlen, habe ich, weil ich sozusagen die Regierung schon infiltriert habe. Das ist eine Sache, die ich schon erledigt habe. Das ist eine sehr komplexere Maßnahme. Ja, was bedeutet das? Industriebaupläne stehlen bedeutet, dass man Forschungsbonus bekommt oder auch direkt die Technologien und bei den anderen Bauplänen entsprechend in dem jeweiligen militärischen Bereich. Es gibt auch Operationen, wo man Sabotage durchführen kann. Das kann ich euch jetzt hier nicht zeigen. Da nutzt man den lokalen Widerstand und führt zur Zerstörung dann von Industrieinfrastruktur. Man kann auch in Operationen den Widerstand vor Ort stärken. Das ist zum Beispiel vielleicht auch sinnvoll, gerade das nicht im Kernland zu machen, sondern in besetzten Gebieten oder in Kolonien. Also das kann man dann sehr zielgerichtet einsetzen. Man kann Chiffren, Codes stiehlen sogar. Das wird nachher interessant, wenn wir zum Thema Kryptologie kommen. Man kann, was kann man noch machen an Operationen? Es gibt hier die Möglichkeit des koordinierten Angriffes. Das ist eine Operation, die man gewissermaßen vor einem Krieg macht. Also das soll so simulieren, so gezielte Luftangriffe, überraschend auf Pearl Harbor zum Beispiel. Da ist es dann möglich, Hafenangriffe und Angriffe mit strategischen Bombern, die man vorher als Missionsziele der Flugzeuge definiert hat, wenn man das dann startet gewissermaßen mit dem Kriegsgewinn, sind die dann besonders verheerend und effektiv. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, falsche Informationen zu verbreiten. Das führt dazu, dass der Gegner sogenannte Fake-Einheiten, Fake-Divisionen sieht. Also sie sehen für den Gegner aus wie echte Einheiten, echte Divisionen mit all ihren Werten, aber man selbst weiß, dass es quasi nur Luftnummern sind, die, falls sie wirklich angegriffen werden, dann einfach verschwinden. Aber so kann man natürlich den Gegner verwirren. Und man kann Gefangene retten, wie ich das schon gesagt habe. Es gibt im Übrigen auch ein paar, eine Handvoll historische Operationen, zum Beispiel, also nach historischer Vorlage, man kann Mussolini befreien oder versuchen zumindest Tito gefangen zu nehmen und solche Geschichten. Wichtig ist auch, diese Operation ein Coup zu organisieren. Das ist auch früher eine diplomatische Aktion gewesen, das ist jetzt eine Spionage Aktion, braucht 70% Spionagenetzwerk, ich kann es aber trotzdem nicht tun, weil nicht mehr als 20% Unterstützung für das Zentrum da ist, deswegen gibt es niemanden, der da möglicherweise ein Coup durchführen kann. Ja, und Voraussetzung ist in der Regel auch eine geringere Stabilität. Und dann gibt es eine Kollaborationsoperation, die ich euch an sehr schnell auch nicht zeigen kann. Es gibt halt so viele Operationen, die in bestimmten Situationen dann gewissermaßen nur triggern. Das ist ganz interessant, es kann zum Beispiel, ja in der Regel ist das vielleicht so eine Aktion für das Deutsche Reich in Richtung Frankreich oder in Richtung Dänemark oder in Richtung Norwegen. Das führt dazu, dass erstens die Grenze wann ein Land kapituliert sinkt. Es ist also einfacher, es kapituliert schneller und das erhöht dann schon die Startgehorsamkeit des Landes, wenn eine Besetzung erfolgt. Das heißt, die Kooperationswilligkeit ist von Anfang an höher. Das sorgt dafür. Ja, und in diesem Zusammenhang kann ich euch noch eine Sache erklären oder nachtragen, wenn wir nochmal in die besetzten Gebiete gehen. Hier gibt es mit dem DLC beim Thema Gehorsamkeit, die ersten vier Sachen habe ich euch im Patch-Video schon gezeigt, noch eine letzte Möglichkeit bei der Gehorsamkeit, nämlich eine neue Regierungsform, die sogenannte Kollaborationsregierung. Das heißt also, wenn man Gehorsamkeit 80 Prozent in einem Staat erreicht hat oder in einer potenziellen Nation, dann kann man dort eine Kollaborationsregierung einsetzen und man entlässt das Staat gewissermaßen als relativ eigenständiges Land. Das führt dazu, dass es keine Besatzung mehr ist, damit auch keine Besatzungstruppen mehr nötig ist und man kann sich sicher sein, dass mit einem Friedensvertrag das Land auf jeden Fall gewissermaßen zu einem gehört, zu den eigenen Nationen und entsprechend, ich weiß gar nicht, ob es dann als Marionettenstaat oder als integrierter Staat nach dem Friedensvertrag weiter gilt, aber auf jeden Fall entlastet das ein, was Besatzungspolitik betrifft. Dieses Ding mit der Kollaboration, das kommt allerdings nur mit dem DLC. Gut, ja, das ist es im Wesentlichen, was die Operationen betrifft. Jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Punkt im Zusammenhang mit den Nachrichtendiensten, nämlich das Thema Kryptologie. Und ich habe jetzt hier noch kein Land ausgewählt, wir machen das mal mit dem Deutschen Reich und Kryptologie hat, ja, da geht es im Prinzip um das Knacken von Codes, das hat zwei Seiten, einmal die eigene Kryptologie Stärke und wie stark man daran ist, andere Codes zu entschlüsseln, die Entschlüsselungskraft, das gibt es hier. Und dabei gibt es ein historisches Problem, das wirklich hochinteressant ist, als die Alliierten hier diesen Enigma-Code herausbekommen haben, ist es so, wenn du natürlich diesen Code kennst und jetzt alles verstehst, alle Nachrichten verstehst, die man abfängt, dann und gewissermaßen das dazu führt, dass plötzlich deine eigenen, ja, wie soll ich sagen, deine Konvois nicht mehr angegriffen werden von U-Booten oder du weißt genau, wo der Gegner mit U-Booten unterwegs ist, dann wird der Gegner sehr schnell aufmerksam und ändert den Code. Das heißt, man muss ihn so einsetzen, ganz vorsichtig, ganz selten oder in dem Moment, wo es super wichtig ist. Und das ist hier auf interessante Art und Weise tatsächlich auch simuliert, dieses Problem. Also erstmal muss man versuchen, jetzt einen gegnerischen Code zu hacken. Und das macht man, indem man jetzt gewissermaßen das startet hier, eine Entschlüsselung und mit meiner Basisfähigkeit, mit meiner Basis-Entschlüsselungskraft brauche ich im Moment 960 Tage, um den Code des Deutschen Reiches zu knacken. Ich kann das erhöhen, indem ich hier meine kryptologische Abteilung ausbaue, indem ich eine Funkspruch- Abfang-Gruppe upgrade oder hier eine maschinengeschützte Entschlüsselung durchführe, was sehr, sehr teuer ist, ihr seht es hier, dann kann ich besser werden in den Entschlüsselungen geht das schneller. Wie auch immer. Nehmen wir mal an, ich habe den Code jetzt geknackt. Man kann das übrigens auch aufteilen, man kann mehrere Länder auf einmal versuchen, den Code zu knacken, Dänemark jetzt hier, dann teilt sich sozusagen diese Kraft auch auf und es dauert dann doppelt so lange, macht also nur unter bestimmten Umständen Sinn. So, nehmen wir mal an, wir haben diesen Code geknackt, dann gibt es erstmal kleinere Boni, deren ich mir jetzt nicht sicher bin, ich glaube, das hat was so ein bisschen mit Luftaufklärung zu tun, fällt jetzt nicht so stark ins Gewicht, aber, und das ist das Entscheidende, man kann dann einmal eine Aktion machen und dieses Wissen nutzen und dann hat man 30 Tage lang einen Bonus und die seht ihr hier, also einen ziemlich fetten Bonus, Vorbereitungsgeschwindigkeit, eine Invasion geht schneller, Planungsgeschwindigkeit, Verteidigungsbonus gegen ein Land, Invasionsmalus reduziert sich, das sind also gerade vor einer Invasion ist das natürlich besonders effektiv, also da kann man gewissermaßen dieses bisschen schützen, nach 30 Tagen ändert der Gegner seinen Code und man muss neu entschlüsseln und erst wenn man wieder neu entschlüsselt hat, kann man diese Geschichte wieder nutzen. Es gibt auch diese Operation Schiffren Stielen, das hatte ich erwähnt, wenn man das gemacht hat, dann kann man sich sozusagen die Entschlüsselung sparen, dann macht man das eben auf dem Weg des Agenteneinsatzes und es gibt auch Minister, die glaube ich, das auch noch ein bisschen verbessern. Gut, soweit zu diesem Thema, jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema Aufklärung und Spionage allgemein und das war ja bisher immer sehr sehr grob, wenn man sich versucht hat, Informationen über gegnerische Länder zu verschaffen. Jetzt gibt es eine Spionage-Mappe, die ist weitaus komplexer und interessanter. Vor allem ist sie aufgeteilt in drei Bereiche, nämlich zivile Spionage-Information, Armee-Spionage, Marine-Spionage und Luftwaffe-Spionage und in jedem Bereich wird gemessen, wie gut man ist in der Aufklärung und ihr seht es, hier bin ich bei 52 Prozent, da habe ich ein bisschen was von Operationen bekommen, das Spionage-Netzwerk, was ich aufgebaut habe, hilft mir, Luftaufklärung hilft mir, dazu kommen wir nachher noch, begrenzte Exporte des Gegners vermutlich hilft mir und weil sie Faschisten sind, hilft es mir auch und zusammengenommen bringt das einen Wert und ihr seht sozusagen jetzt genau bei 10, 30, 50, 70, 80, 90 Prozent, welche Informationen man mit welchem Status man erhält, also wie genau die sind und ja, das ist schon ziemlich interessant und fett, also man sieht genau wie viele Fabriken gibt es, wie viele Militärfabriken, wie viele für den Handel eingesetzt werden und so weiter, was jetzt für welche Produktionsart eingesetzt wird, man kann das im Jahresverlauf sich anschauen, wie die Industrie sich entwickelt hat, wie die Convoys produziert wurden, aber hier fehlen uns die Informationen im Übrigen und so weiter und so fort und je mehr Prozente man hier hat, umso genauer ist das, so ist das vom Konzept her, man kann sich auch anschauen, wenn man gute Prozente hier hat, wenn man gute Aufklärung hat, was im Industriebereich und im Technikbereich erforscht wurde, im Moment wissen wir nur, wie viel erforscht wird, aber nicht genau was und so funktioniert das auch in den anderen Bereichen, ihr seht es hier, würden wir hier mehr wissen und auch das wird hier angezeigt, 10, 30, 50, 70, was dort alles freigeschaltet wird, würden wir wissen, wie viel Divisionen er relativ genau hat, wie viel Manpower und so weiter und was er in den einzelnen Forschungsbereichen unternimmt und bei der Marine ebenso, also hier würden wir dann auch die Schiffstypen sehen, auch da gibt es dann differenzierte Möglichkeiten und wir, das geht bis dahin, dass man genau sehen kann, wo sind die Einsatzgruppen, welche Operationen führen die gerade durch, also man kann sehr, sehr genaue Aufklärung betreiben und ebenso das Prinzip hier bei der Luftwaffe, Spionage, mit 20% kommt man da allerdings noch nicht so weit. Wie bekommt man nun, sage ich mal, diese Aufklärungswerte, ein paar Sachen habe ich schon genannt, Spionagenetzwerk, Agenteninfiltration, wenn man gegnerische Agenten gefangen nimmt, das ist genau das, was ich beschrieben habe, kann auch beim eigenen Land passieren, die geben einem hier Prozentpunkte, Radar hilft tatsächlich, dann entschlüsselte Chiffren helfen, dann Luftaufklärung, ein Konzept, was ich noch erläutere und aktive Kämpfe gegen den Gegner und zwar entsprechend, wenn man jetzt also hier an der Landgrenze kämpft, dann eben Landmilitäraufklärung, wenn man Luftkämpfe hat, Luft- und Seekämpfe See entsprechend. Und je nachdem, also wenn man jetzt dort diese Spähpanzer mit hat oder Aufklärungseinheiten, die erhöhen dann auch nochmal die Intel. Also das ist schon sehr, sehr komplex, was da möglich ist. Interessant ist dann, also mit der Zeit geht das auch wieder zurück, wenn man irgendwie dann nicht aktiv ist, das sinkt also auch ein bisschen wieder und interessant ist zum Beispiel, wenn man in Demokratie ist mit Freihandel, dann kann man zum Beispiel hier die zivilen Informationen kaum dem Gegner verbergen, das ist dann inhärent sozusagen. Es gibt auch noch den alten Spionage-Vorteil, früher war immer das Crypto-Level da relevant, das gibt einen direkten Kampfbonus, das war früher auch so. Jetzt ist es gewissermaßen dieser Spionage-Level, der jetzt also hier verglichen wird, meines Wissens mit dem des Gegners und auch das kriegen wir dann als Kampfbonus. Ja, so jetzt zu den schon mehrfach thematisierten Luftaufklärungen, denn es gibt eine neue Einheit, die können wir uns eben angucken und zwar bei der Luftwaffe, hier, da haben wir die neue Einheit Aufklärungsflugzeuge. In der Regel gibt es da zwei Technologiestufen, ich habe hier mal bei den Franzosen diesen MB-131 erforscht, da gibt es dann auch 3D-Modelle und ermöglicht die Mission Luftaufklärung und ich habe die auch schon mal eingesetzt, jetzt muss ich direkt mal auf den Flughafen gehen, wo war es? Hier war es. So, schaut mal, hier habe ich mal also so eine Staffel etabliert und im Moment sind da tatsächlich nur sechs Flugzeuge drin und die haben eben diese neue Mission Luftaufklärung, das gibt es, das können wirklich nur diese Aufklärungsflugzeuge erledigen, alle anderen können das nicht und genau und dann schickt man die los und ihr seht es, man braucht gar nicht so unglaublich viel, wir haben mit diesen sechs Flugzeugen schon in diesem Luftbereich eine Luftaufklärung, eine Auftragseffizienz von 70%, also brauchen wir vielleicht noch drei, vier weitere, die sind auch relativ teuer, um dann hier eine volle Luftaufklärung zu haben und das bedeutet, dass wir hier tatsächlich genau sehen, welche Einheiten wo stehen in diesem Bereich und das finde ich eine sehr, sehr elegante Lösung, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen, ich fand das nämlich nicht sehr nachvollziehbar, dass man hier quasi immer also an den Frontlinien Kämpfe hat und ich weiß wie viel Division der Gegner hat, wenn man nicht eine überlegene Deschiffrierung hat und Schiffrierung, also das finde ich viel, viel interessanter gelöst auf diese Art und Weise und wie gesagt die Luftaufklärung trägt auch allgemein zu diesem Aufklärungslevel hier mit dabei, das ist also auch noch relevant die Luftaufklärer sind natürlich nicht kampffähig und insofern ist das so eine Sache wenn dann tatsächlich der Krieg hier ausgebrochen ist und es der Gegner Luft Überlegenheit hat kann man davon ausgehen dass es natürlich dort auch Abschüsse gibt und so das wird dann sicher schwieriger man kann die Luftaufklärung auch über Meeresprovinzen fliegen lassen dann bekommt man dann dementsprechend Informationen wo welche Schiffe sich auf den Missionen befinden auch hochgradig interessant ok und damit sind wir weitestgehend durch mit diesem ganzen Thema Spionage und so weiter und Geheimdienste es gibt noch ein Bereich der naja der hat eher wenig damit zu tun nur ganz minimal aber der auf jeden Fall auch neu ist nämlich es gibt jetzt eine neue eine weitere neue Einheit neben der Luftaufklärungsflugzeugen es gibt nämlich jetzt auch Panzerwagen hier als neue Spezialeinheiten Voraussetzung ist aber erstmal hier mobile Infanterie bei den Franzosen haben wir S15 dann den Panhard und so weiter und ihr seht es wenn man den erforscht wird dementsprechend auch dieser neue Einheitentyp Panzerwagen freigeschaltet den wir dann hier beim Rekrutieren entsprechend nutzen können ne der läuft nicht unter gepanzerte sondern unter mobile hier haben wir den Panzerwagen wofür ist der Panzerwagen jetzt da der ist im Prinzip deckt die Stelle oder die Lücke zwischen Infanterie oder zwischen motorisierter Infanterie und leichten Panzern das ist so quasi der Punkt wo die einsteigen sie sind besonders gut geeignet zur Unterdrückung des Widerstandes denn das ist erstmal haben sie entsprechend diesen Unterdrückungswert da sehr positiven und außerdem gelten sie aber noch als hartes Ziel das heißt sie fangen viel von der Widerstandskraft dann ab das hatte ich ja im Patch Video erläutert was das bedeutet und sie benötigen eine relativ geringe Manpower also das ist insofern effizient sie sind in gewisser Weise die bessere Kavallerie sagen wir es mal so Kavallerie ist immer noch eine Alternative für diesen Zweck wenn es besonders billig sein muss man kann sie aber in einigen Fällen auch als Kampfeinheit durchaus einsetzen in der Realität im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika im Mittleren Osten durchaus genutzt dort haben sie den Vorteil sie brauchen relativ wenig Nachschub haben sehr reduzierten Nachschubbedarf eine sehr hohe Geschwindigkeit ich glaube somit die schnellste Landeinheit die es überhaupt gibt sind gut gegen ungepanzerte kleinere Truppen und sie sind billiger als leichte Panzer also insofern haben sie durchaus ihren Eigenwert und außerdem bilden sie auch das hatte ich ja auch gezeigt wir können hier als Zusatz Unterstützungs Bataillon Aufklärungskompanien nutzen und das ist sozusagen die vierte Möglichkeit nämlich leichte gepanzerte Aufklärungseinheiten also zwischen den motorisierten und den gepanzerten kann man diese auch als Aufklärungskompanie nutzen und das bringt dann auch wieder und hier ist die Verbindung zur Spionage das bringt dann auch wieder hier Aufklärungs Informationen ja für diese Panzerwagen gibt es glaube ich für alle sieben Großmächte entsprechend Ränder Modelle die dann angezeigt werden gut damit sind wir mit diesem Kernbereich durch es gibt zusätzlich noch neue Staaten die entlassbar sind ihr seht das hier schon so ein bisschen am ausgebrochenen Bürgerkrieg das ist ein Thema was im nächsten Video längst noch intensiver besprochen wird entlassbar sind neue Katalonien Baskenland und Galicien außerdem kann man am Spielbeginn die Spielregel der spanischen Zersplitterung einstellen sodass die von Anfang an gewissermaßen zersplittert sind und es gibt sozusagen eine neue formbare Nation und damit wahrscheinlich auch ein neues Achievement und Herausforderung nämlich man kann Al-Andalus formen als nordafrikanischer Staat also zum Beispiel als Marokko Libyen als was auch immer da muss man Teile von den Süden der ibräischen Halbinsel eroben dann kann man eben Al-Andalus formen dann hat man Ansprüche auf ganz Spanien und wenn man das gemacht hat kann man das Sultanat von Afrika erringen und das Emirat von Sizilien wenn man das gemacht hat kann man das Umayaden Kalifat bilden Ägypten und die arabische Halbinsel erobern und dann ist sozusagen als Endziel dieses Stranges die gesamte Vereinigung der islamischen Welt möglich als neue Option die hier hinzugefügt wird so und damit sind wir auch schon am Schluss dieses Teils vier neue Songs sind da noch dabei vier neue Musikstücke mit dem DLC und außerdem zahlreiche Porträts für Frankreich Spanien und Portugal denn das sind die drei Länder deren Fokusbaum besonders weiterentwickelt wird aber zu diesem Thema auch wenn ich euch mal einen kurzen Blick darauf zeige auf den französischen Fokusbaum zu diesem Thema kommen wir in einem nächsten Video das ich morgen oder am Releasetag veröffentlicht werde das wäre es also erstmal dazu wir sehen uns wir hören bis bis dann macht's gut euer Steinball